Hallo zusammen, hier ist das Akkuladegerät von PowX-S. Von der Qualität her ist es relativ leicht und hat ein dünnes Plastik. Man hört auch so ein ganz leises Fiepen, wenn es an einem Strom angesteckt ist. Aber das Wichtigste ist natürlich Nettes und ja, das tut es. Man kann hier bis zu 12 3xA Batterien hineintun oder auch die AA Batterien. Man kann das Ganze auch mischen, also 6 3xA, 6 AA Batterien hier einfach reinlegen und das wird dann perfekt geladen. Hier sind noch zwei Plätze für die 9V Batterien, auch die kann man hier laden. Und das Reinlegen ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe hier außen die großen Teile für die AA Batterien und hier drinnen, wenn man sich das anguckt, da kommen die kleinen Batterien rein. Die werden dann einfach hier so reingeschnipst und man sieht schon, es fängt an zu laden. Die große Batterie wird dann hier unten, wie gesagt, reingelegt und fängt dann auch gleich an zu laden. Wir haben also jetzt hier alle drei, die laden und so könnte man das dann hier beliebig weit erweitern. So, das dann eben hier alle Batterien laden. Und der Ladezustand wird angezeigt. Also die große Batterie ist schon ziemlich voll. Die mag ich jetzt hier nicht rein. Und die zwei werden geladen.